Hallo und ein herzliches Willkommen zurück meine lieben Freunde zu der Badass Elephant Ja der Badass Elephant, der Tempo Badass Elephant und hier sind wir im Abschnitt 14, Phantom Boss 3 Aber nochmal ist das doch kein Boss, eigentlich ist das dasselbe vom Boss Aber schauen wir einfach mal rein, was der sagt, scheint doch Boss zu sein Wow, dann Ha, die machen Party da hinten, yeah, yeah, Groove, Groove Huh, wie der Fuck, hier geht's runter Genesse, no level Wow, was, wie gemein, so viele verschiedene Türchen Die Frage, das zu nehmen, ist wahrscheinlich noch nicht sinnvoll Wir gehen erstmal hier rein Wahrscheinlich muss ich jeden Abschnitt einmal schaffen, ja So wie das aussieht Die machen alle volle Party Ich treff nicht Zack Elektro Ach du gemeine Scheiße Zack Zack Was Was War er kaputt Dein Ernst Ich muss immer warten, bis der in der Mitte ist, hey So, jetzt aber Puh Und spring rein Zerstört Ja, das ist natürlich Auch easy Wenn ich das machen muss So, was kommt jetzt Angst, das kann mich alles treffen Okay, das war auf jeden Fall nicht der Richtige Pam Pam Das ist der Richtige Okay Dann haben wir das Rätsel auch So So Ah, da geht's hoch Okay Wow, da muss ich ja voll aufpassen Okay, dann haben wir das auch Abwärts Bitte Danke Aua Aua Volleck Es geht ganze Zeit Weiter Hä, da unten ist aber auch Hä, da oben ist Komm ich aber nicht mehr runter Fuck Das war das andere Richtige Weg Nein Egal Weiter Zack, 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 zack Das ist halt auch cool Gemacht Da ist der Weg Aber ich will erstmal hier rein Was? Okay, wahrscheinlich, weil ich das dritte Ding rein bin Abwärts Ah, okay Ich muss einmal alle durch Was aussieht Gehe ich hier mal ins Grüne oben rein Da habe ich die Seite auf jeden Fall schon mal gemacht Hey Checkpoint Hey Jungs Erledigt Boom So, wir zerstören hier alles Mutwillige Oh nein Dein Ernst Da ist genau Wie uncool Und die geallte so Bomben noch werfen Pfff Wie unfair das ist Hier, schicke ich dir Boah, die Bomben sind ja so So Unfair Hier Oh, das muss ich noch einmal Boom, boom, boom Hier Zack Applaus, danke Danke sehr Bitte, liebe Applaus Wow Danke Okay, da oben Hä, das ist alles fertig Lol Ich bin erstmal auf die andere Seite Die zerstören Rüber Zack 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 Ey Jungs Das geht mal gar nicht Und Rüber So Da war ich ja schon Okay, jetzt können wir weiter Die Jungs da drüben zerstört Dauer geht es noch nicht rüber Dann müssen wir hier rein So Achtung Oh, den Heli habe ich ja Voll übersehen Oh Tschüss Knabe Die mal immer noch Party Abwärts Aber da ist doch was Das war jetzt der Knopf Ich verstehe es nicht Egal Ich muss ja gleich hier einen Knopf drücken Damit einfach Das nächste Ding auf geht So Dann Tor Nummer 3 Boom Oh Gott Was hat ihr Schweine Nein 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 Bin tot Nein Boah ist es gemein Er denkt Oh du kannst runter Nein Stirbst du dabei Geil Okay Dann halt nochmal Um Boom Und weiter Alles zerstören Nein Nein Du Das Ist dein Ernst Da darf ich nicht mal sprinten Weil sonst Ist es vorbei Und einmal hoch Und Tschüss Okay Zerstörungsboot Oh nein Warum machen sie So ein Level Mit sowas Genau Das haben sie extra gemacht Weil ich genau wusste Dass ich so ein Level Lasse Aua Abwärts Gott sei Dank war es kurz Und runter Wow Okay Den haben wir noch Unten noch die Dinger Das ist erstmal hier Leben Okay Letzte Tür Checkpoint Boom Boom Alles vernichtet Da werden wahrscheinlich Alle Elemente Nochmal aufgezeigt Was es gab So wie das aussieht Ja Aua So Was Der lacht da oben Soll das Haha Und Boom So Erstmal jetzt Da hoch Komm Wie gemein Arsch Der hat mir wirklich Leben abgezogen So Dann haben wir das auch Piep piep Boop Ach du Kacke Ach du Kacke Ha Erstmal den Helikopter weg Der da weg Und Nun der Helikopter Das ist eigentlich nur Der Helikopter Zerstören Lol Haha So So schnell kann der Sich gar nicht drehen So schnell wie ich hier Äh Wie komme ich da hoch Mit Feuer Feuer Ach ne Da drüben muss ich Da drüben muss ich hin Denk doch Oh Stirb Stirb Kaputt Okay Dann haben wir das auch Down Alle vernichten Haha Erledigt Diesen kleinen Knaben Darum ist ein Helikopter Wieder Voll daneben gesprungen Ganz geil Ja genau Haha Helikopter ist fast down Fast down So geht doch Ey Knabe Haha Hast du schon fast wieder zu Ende hier War da drüben was? Ja da drüben ist sogar was Hör da muss ich sogar hin Ist da drüben Da ist ein Knopf Wie gemein Abwärts So Ja Dann ist da das Ziel Und Gewonnen Mission erfüllt Aber wo waren die ganzen Zivilisten? Pff Egal Wir haben uns gefehlt Rekord Rekord Bams Wir sind so gut So mächtig Die letzte Schlacht hier Juuu Okay Boss Na Hallo Energiekugel Okay Dann schauen wir rein Wieder Disco Party Die 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 Okay Was kann die Energiekugel? Oh Gott Nein Disco Pogo Disco Pogo Äh Okay Wow Was? Was? Äh The Fuck Was? Und Was ist Wie Muss ich Aber was Eigentlich Wenn ich Auf Nein Wir auch Nicht Hä? Was muss ich denn machen? Ah Ich kann ihn Rumschleudern Und dann muss ich ihn da hoch Okay Ei Anders Das tut Ei Den hätte ich jetzt beine übersehen So läuft das hier ab Springen Haha Ja wenn es so ist Geht das ja noch Woho Oh Okay Okay Geh auf Zack Erwischt Und Bäm Knapp Muss es halt Ganz oft Schnell Schnell und einfach Ah fuck Oh 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 Nein Den Blausch Hab ich übersehen Nein Okay Wenn man es weiß Wie Kann es doch Einfach sein Aber man muss halt Wirklich Ausweichen können Okay Disco Pogo Bäm 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 Wer sich als Ehrliche Bosse Ausgedacht hat Der erste Zack So Nummer Zwei Zack Nummer Drei Ja wenn man es weiß Es ist ja Easy Ah fuck daneben Oh man Aber man muss halt auch noch Elektro Dings treffen Geht doch Ja Trifft Ah verdammt Komm spring Nein Wieder nicht Spring Und Ach man Das ist halt auch gemein Ach immer noch nicht Komm Komm Das war Daneben Geht doch Und immer noch nicht down Okay Ah Unfair Ja Erwischt Immer noch nicht down Okay Wow Was das Was Aua Unfair Trifft Doch die Scheiße Mann Aua Nein Das schaffe ich nicht Das ist jetzt Das ist zu viel Ja Zu viel Auf dem Bildschirm Was Krass Was macht er dann auch nochmal move Oder so Ja ich hatte auch ein bisschen pech Dass er scheiße geflogen ist Bis go Pogo Bäm 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 Komm spring Das war Nummer 1 Wo spring Das ist halt Ihr auch blöd Dass das mich jetzt getroffen hat Direkt am Anfang Spring Ja genau Trifft mich Zweite auch noch Wie pech ich hab Dann fliegt auch noch so scheiße Ja genau Fliegt auch noch in die Richtung So komm Was 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 Das Kein Ernst Oh 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 Fuck Komm Treffer Geil So jetzt mal beim Grün Bereich angelangt Hä Nein auch noch nicht Treffer Patsch Jetzt aber Ja Treffer Haha Zack Spring Er trifft nicht Das ist scheiße Komm jetzt aber Nein Wieder nicht Ist Pech Trifft Wenn er die Kugel Nicht trifft Oh scheiße Nein Nein Jetzt hat er getroffen Nein Nein Ich darf einfach Keine Leben vernehmen Aber am Ende Echt Mann So knapp Echt 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 Risky Bounce Dance 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 Bounce 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 Ich kann auch was drauf spielen Bringt eigentlich auch was Eigentlich Ja Komm spring Und wenn man halt so fliegt Dann hat man halt auch kein Glück Boah Das war Das ist halt wieder Der pure Glück Mann hey Einmal Wenn man halt kein Leben nachkriegt Ist es halt echt Fies Zack Nummer 2 Treffer werden es wahrscheinlich Oh nein Jetzt habe ich Vergessen zu springen Nummer 3 Ja Nummer 4 Boah Nein Daneben Hallo Freut Dein Ernst Dein Ernst Als er gesprungen ist Voll daneben Wow Wow Nein Ey Das kann doch nicht wahr sein Pff Die Dinger kommen genau auf mich zu Genau prallt Immer genau so Die Schräge ab Wo ich stehe Weil es so möglich wäre Mann Der nächste Boss Macht mich mal ein Zillik Obwohl er echt Der Metall Als man es nicht wusste Schwieriger aber Das ist ja nur Weil zu viel auf dem Bildschirm ist Doch schwierig ist Genau Und Da wieder nicht Das ist mich eigentlich verarschen Ja Dann springe ich nicht mal Boah Das war ganz schön knapp Einmal So Spring Er macht aber nachher Die ganzen Dinger weg Das ist halt das tolle Ach man Hilfe Treffer Treffer Pum Okay Spring Treffer Geil Nummer 3 So Nummer 4 Pum Es kommen 3 Stück Jep Natürlich daneben Bist auch nicht Dein Ernst Ach man Komm spring Geht doch Oh Lass mich durch Zack Okay Sprung Danke Treffer Seine Schale geht schon kaputt Ach shit Dein Ernst Dein Ernst Fucking Das ist so uncool Ja genau Wie will ich da ausweichen Der hätte ich niemals ausweichen können Selbst drüber springen Da kann ich mal so springen Jetzt hab ich echt schon 5 Leben verloren In dem scheißdreck Ich weiß wie der macht Arsch Arschboss Ist halt genau daneben Ist genau wieder daneben Oh und dann Wenn ich springe Und er dann Genau Und dann sowas passiert Ist auch cool Super Springt der immer Ja genau Ich hab schon wieder Drei Leben von unnodig Den Käse Anfangen Das darf nicht passieren Sprung Ist halt die Frage Wenn er runterkommt Ob ich den nochmal Erwischen kann Oder nicht Das weiß ich nicht So einmal Ja super Denn sowas Voll daneben Geht doch Zack Boah Boah Ist war knapp Mann Wow Wuhu Ist eh gleich vorbei Einmal Boah Pam Pam Okay Genau Ja genau Dann schubst du dich das Ding Auf einmal weg Bin ich links Ich krieg das nicht hin Ich guck das nicht hin Egal wie lange der Part wird Wir werden das schaffen Irgendwann In 100 versuchen Dann halt so was Das hat mich jetzt fast wieder erwischt Zack Nummer 1 Pam Und wieder voll daneben Geht doch Nummer 2 So Nummer 3 ist daneben Ja aber wenigstens Das Spring Daneben Wieso Wenigstens so Pam Nummer 4 hat wenigstens getroffen Da Treffer Pam Spring 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 Zack Jippie Wow Das war knapp So Dann spring ich so ne scheiße zusammen Wenn es wichtig wird Oh ne Oh oh Wuhu Dann spring ich echt so ne scheiße Gerade zusammen Geht doch Pam So Nein daneben Wieso Wieso Ach Gott Dein Ernst Was Wieso Trifft es mich jetzt Da war gar nichts Wir spielen Mob doch ein Das macht es extra Das will gar nicht Dass man gewinnt Das ist unmöglich Mann Komm Letzte Lebe Verliegen wir noch Ich glaub's nicht Es fängt immer so gut an Und dann Verkackt Ja Nummer 1 Spring Komm Dann springt Immer an dem oberen Teil vorbei Ich weiß es nicht Ich hab irgendwie so ein Glück Schau wieder Und schau wieder dran vorbei Geil So richtig Gewollt Ja geht Nicht mich treffen Bitte Zack Nein daneben Manche Spielen wir zweimal Manchmal dreimal Meine Fresse Dreimal So Ich darf glaube ich nicht zählen Das ist meine Dann trifft mich wieder so ein scheiß Ding Okay Daneben Boah das war Geht doch So Gleich schießt er seinen Grün Dinger wieder Ah Hilfe Ich achte halt auch meistens immer nur Auf ihn Und nicht auf das was drum rum ist Jetzt schießt er seine Grün Dinger oder Noch nicht Okay aber Jetzt Immer noch nicht Doch Sag ich doch Wusste ich doch Dass er das jetzt macht Treffer Geil Ja erledigt Ich glaube es mit dem letzten Leben Aber hat viel weniger grüne Dinger geschossen Voll krass Egal Mission erfüllt Major Punkte Dein Gott Ja Siegreich Fliegen wir von dannen Yeah Ja Wir haben die Stadt gerettet Kriegen wir jetzt eine Auszeichnung Eins Zwei Zwei Erledigt Mission erfüllt Wow Ist doch nicht fertig Oh Gott Wer ist das Der Boss Der Bosse Nein Geht doch nicht Wir müssen nochmal in die Schlacht ziehen Aha Aha Okay Der zerstört alles Ah Ist unser General Verdorben Hahaha Und haut ab Okay Nein Schlacht ist noch nicht vorbei Erledigt Erledigt Beide ich und halte ihn auf Wir zählen auf Dich Bis hier Gefangtum Viel Erfolg Ja und das machen wir aber im nächsten Part Meine lieben Freunde Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Part Ciao compensate Und fre hier dau d 23 pasar ahí bis tera bis 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 Vielen Dank.